im reich der pflanzen im wahrsten sinne des wortes ich bin reich an pflanzen hallo und herzlich willkommen in unserem kleinen paradies es war gestern schon sehr heiß und heute wird es auch richtig heiß noch heißer als gestern das heißt ich werde praktisch nichts machen heute sondern werden uns das eine oder andere einfach mal ansehen wie es sich hier in unserem paradies entwickelt egal ob baum bonsai hörst du das das ist die automatische bewässerung ja wie gesagt wir machen vielerlei heute mal quer durch den garten in dem sinne oder quer durch unser paradies ganz kurz gezeigt hier unser bonsai azaleen bonsai den man vor kurzem gemeinsam geschnitten haben umgetopft haben er macht sich prächtig steht nach wie vor absonnig und das ist so genial anzusehen wie wunderschön das funktioniert so ich würde sagen wir reden gar nicht lange rum jetzt habe ich nase füße lol jetzt steht nämlich wasser drin wie wir sehr schön sehen können die azalee hat tatsächlich diese maßnahme gut überstanden kräftiges grün nach wie vor ist sogar hier im oberen bereich noch am austreiben jetzt mal gucken wie weit sie sich noch mal knospeln öffnen und dann wieder austreiben denn nach einem starken rückschnitt in der regel ist ja so dass pflanzen dann noch mal neu austrieb machen und mal gucken auf jeden fall läuft es mit der azalee ganz gut und dann schauen wir jetzt mal gemeinsam die stecklinge an die stehen da hinten hinter ich hole sie gleich mal raus kurz den bergahorn hier gezeigt der hat mal richtig stress gehabt der stand trocken ja ich habe es gott sei dank noch gesehen hier kann man es sehen und hier der hat also richtig stress gehabt nun ja er hat es aber geschafft ich habe es rechtzeitig noch gesehen morgens von daher ist hier soweit noch alles okay ja ich würde sagen dann ist so schön dann holen wir einfach mal das schätzchen hier hinten raus die kiste und da steht die kiste da schauen wir jetzt mal gemeinsam rein hier sind jetzt die babys drin von der azalee auf den deckel war nach wie vor geschlossen hier das ganze ist auch richtig nass gucken wir sogar reingerechnet die tropfen der tropfen kannst du nicht sehen aber das löschen hier ja ich würde sagen das sieht richtig gut aus richtig gut keinerlei irgendwie dass irgendwas braun wird oder kaputt geht ist schon genial wie gesagt ich habe von allen möglichen stecklingen gemacht selbst von ganz ganz kleinen spitzen habt ihr einfach nur tiefer dann hier in den boden hinein gesteckt also scheint zu funktionieren man muss natürlich abwarten hier sieht man sogar schon wachstum das ist genial also wenn es das gelingt azaleen dementsprechend dann uns heranzuziehen nicht nur weil sie schön blühen als strauch sondern auch dementsprechend als bonsai okay das ist natürlich mega langes projekt in dem sinn aber man kann ja auch kleine bonsai machen das ist ein ordentliches problem okay dann mache ich mal den deckel wieder zu hier und stelle das ganze ganz schnell aber das ist so schön anzusehen wie das ganze jetzt wächst wenn es ausreichend gewässert wird also schon heftig also ich muss jetzt mittlerweile 600 liter wasser verbrauchen einmal am tag manches muss auch zweimal gegossen werden da staunst aber ja der dettl war gestern abend fleißig glaubst du wohl ja gut ist jetzt nicht so viel was ich gemacht habe aber immerhin nicole kann jetzt hier auch durch dann kann sie auch hier oben sitzen dann abends allerdings erst weil abends ist hier richtig schön schattig und dann ist das natürlich mega angenehm hier was schauen wir uns denn jetzt an moment mal ich würde sagen ich schaue mal kurz dann gehen wir mal hier kurz durch die wildnis ich glaube hier werde ich heute ein bisschen was machen damit ich das auch besser wieder präsentieren kann denn die tomate ist so schön wenn die jetzt ausreift ist das bild natürlich wesentlich schön obwohl das ist so auch schön doch das ist so auch schön so das wollte ich ganz kurz zeigen die baum chili hier ist tatsächlich die erste jetzt kannst du nicht viel sehen bei dem licht die erste frucht jetzt auch tatsächlich wächst hier wird wohl keine riesen frucht werden so wie es aussieht aber nun ja immerhin sie blutkräftig weiter und dann gucken wir mal ganz kurz hier zu den hoch wie gesagt heute ein misch marsch weil ist halt so und so die kartoffel die blätter sind auf jeden fall kaputt gegangen von der kartoffel sie mal gucken ob der aus dem bodenbad rauskommt wer weiß das ist der steckling den wir reingepflanzt haben ja nach wie vor guckt ihr das mal hier hatten wir den kürbis zurückgeschnitten guck mal da sieht man die schnittstelle und guck mal wie der kürbis sich hier entwickelt die blüte mit der frucht als so genial anzusehen interessante these wirklich sagen das heißt kann man tatsächlich kürbis schneiden um dementsprechend schnelleres wachstum der kürbisse zu erzielen was denkst du ist das so gegeben tatsächlich dass die kraft dann jetzt hier endet und in den kürbis gesteckt wird nun ja nach wie vor wächst natürlich der kürbis von der cheyenne hier mega das ist der wahnsinn das ist echt guck dir das mal hier hatte ich ihn draufgelegt vor ein paar tagen war das vor drei vier tagen ungefähr guck mal der wächst schon hier drüber siehst du das ist der wahnsinn alter falter so das kurz hier zu dem kürbis die märchen so ich fange jetzt an hier nach und nach alles rauszuziehen damit hier was neues rein machen kann bringt mir jetzt nichts wenn ich hier mal zwischendurch einen rausziehe soll auch guck mal sondern die kommen jetzt alle raus hier weil er nach und nach denn ich brauche platz für was neues oder schon genial guck dir das mal vielleicht kommen wir ein oder zwei stehen lassen später ich ziehe mir jetzt noch ein paar raus damit die heute was frisches haben die werden wir nicht kochen die werden frisch gegessen weil das schmecken die am besten gerade jetzt bei der hitze ist das also dementsprechend nährstoffmäßig zur verwertung für den körper wesentlich besser und es gibt natürlich auch noch dementsprechend feuchtigkeit für den körper ok mal gucken was wir spät rein setzen die papier blümchen hübsch sind sie ach guck mal da ist auch eine schwebfliege die sind dieses jahr recht viel unterwegs das ist natürlich gut für nächstes jahr so wir sind bei der erdnuss angekommen hier hat sie gestern geblüht ich versuche ein bisschen näher ranzukommen man kann jetzt noch nicht erkennen dass da irgendwas im boden wandert da mittendrin sind auch blüten drin jetzt also es scheint jetzt tatsächlich besser zu wachsen bei der hitze das tut ihr also richtig gut das mag sie die erdnuss die mini tomate ja die zwerg tomate die gelbe die wächst so hübsch hier in dem hochbeet und kann das jetzt so gar nicht richtig draufkriegen versuch das mal von mir guck mal da hinten hinter hängen ganz viele früchte oder ist schon genial guck dir das mal an rundherum rundherum das ist so genial guck dir das mal an das ist richtig hübsch ja und jede menge blüten das ist genial wie kompakt die jetzt gewachsen ist also das wird schon richtig coole sache werden hier mit der zwerg tomate aber ich werde sie dann doch gleich mal richtig anbinden damit sie uns hier nicht umfällt wenn es jetzt stark regen oder sturm gibt guck mal wie schön der himmel ist bei dem licht kann man auch viel besser filmen da kommen die farben richtig zur geltung das ganze kann man besser betrachten die schweizer minze das ist das ist echt der wahnsinn guck dir das mal an aber die verballert natürlich auch viel wasser also die der topf hier holt das hochbeet das krieg jetzt am tag auch zehn liter beide die hier auch beide pfefferminz bekommt tatsächlich zehn liter pro tag ist echt der wahnsinn auch der giersch macht ach das ist so genial guck dir das mal an wie schön der jetzt wechselt dem macht die hitze überhaupt nichts aus bei ausreichend wasser logischerweise ne okay der tomatenwald ja ist eine coole sache ne lasst doch einfach stehen wenn man gucken was dann passiert ach guck mal hier muss auch jetzt wasser wieder rein ich muss sowieso gleich gießen gleich hier rundgang machen aber vorab wollte ich das ganze einfach mal kurz abfüllen wenn man die größe mal sieht da hatte ich mal die hand hier hin und dann holen wir eben just wasser hier aus unserer wildnis alter schwede ach guck mal regenwasser haben wir noch genug drin das reicht noch schön glasklar dann gießen wir mal justus die tomaten aber nicht nur die denn dahinter steht noch etwas ein bonsai schiebte mal ein bisschen an die seite hier dass man das besser sehen kann vielleicht ich mache das einfach so spontan guck dir das mal an ist das hübsch weißt du was das für eine schale ist in dem sinne das ist eine betonschale aber nicht irgendeine schale aus beton sondern das ganze ist mit sägemehl gemacht ja war damals ein versuch klappt genial und das schätzchen steht hier mehr oder weniger im wasser immer bis es dann verbraucht ist so wird aber ansonsten steht ja wirklich immer wasser drin denn der bonsai verbraucht sehr viel wasser und zum anderen scheint der vor süß hier das richtig gut zu gefallen guck mal wie kräftig die gewachsen ist schönes grün sonst die jahre hat es immer so ein bisschen rumgezickt aber dieses jahr wächst die echt extrem das sieht natürlich genial aus mit dem moos und das kriegst du nur hin wenn also wirklich immer feuchtigkeit gegeben ist denn wenn das moos einmal trocken ist dann wird es braun dann sieht es nicht mehr schick aus und von daher ist schon eine coole sache das ist schon genialst mal sehen was wir damit noch machen schneiden werde ich ihn allerdings dieses jahr nicht also erstmal ein bisschen dicker werden im unteren bereich aber ist schon hübsch mit dem moos ist genial das regenwasser benutze ich übrigens nur für die bonsai damit ich da immer genug habe das ist ganz wichtig denn da haben wir letztes jahr ganz viel daraus gelernt so jetzt schon mal hier unser dschungel das sind die mammutbäume mit der sequoia glypto stroboides das steckholz das wir gemacht haben guck dir das mal so also letztes mal reingeguckt haben waren keine wurzeln zu sehen ist allerdings auch eine zeit lang her es ist sehr schön gewachsen von da gucken wir jetzt mal rein ob sich wurzeln entwickelt haben und wie das ganze ausschaut nein ich hole nicht den ganzen top hier raus nur eine pflanze mal nur mal zu gucken so und ganz kurz erklärt bonsai technisch ganz wichtig wir haben hier sehr dicht das steckwort gesteckt das heißt also die pflanzen sind in konkurrenz werden dementsprechend verhalten wachsen nicht so extrem wachsen wie die anderen die wir haben die dann wesentlich stärker wachsen so wie diese hier hier so eine dreier gruppe oder drei pflanzen in dem sinne ist natürlich auch cool wenn man so mal wachsen lässt in groß gemeinsam wachsen lässt nicht nur als bonsai so ja wie gesagt verhalten ist wachstum dadurch bilden sich mehr knospeln im unteren bereich später beim wachstum das heißt also beim rückschnitt entwickeln sich dementsprechend auch besser die triebe als wenn man das ganze langtriebig gewachsen hat thema bonsai ansonsten ist eigentlich schnuppe kannst du wachsen lassen wie du willst schon genial so was hatten wir denn noch moment hier haben wir auch noch ein bonsai drin in vorbereitung in dieser schale das klappt genial der darf auch wachsen erstmal kräftig damit halt der stammbereich dick wird in der wurzelbereich und guck mal hier das sind die tränenden herzen wer sich noch daran erinnert die hatten wir als seemlinge mal rausgeholt und eingepflanzt sie sind wunderschön gewachsen richtig kräftig sogar interessanterweise so pass mal auf hier steht die johannisbeere er sie ist nicht mehr viel da sind alle blätter ab hier waren raupen dran ist aber nicht so tragisch das ist nicht so will die ist kräftig eingewachsen von daher wird sie das verkraften das ist nicht ganz so tragisch dann ganz kurz hier die weigelie hortensie die wir hier aus dem topf geholt haben und hier eingepflanzt haben ist grün nach wie vor also dass sie gut aus knospeln kann ich jetzt im moment doch schon erkennen ja das kannst du jetzt vielleicht nicht so warte mal moment ich so mal eben finger dran und dann doch da kann man sehen also es klappt und das mitten im sommer aber sollte man nur machen machen wenn man weiß wie es geht das darf natürlich keine sonne haben logischerweise okay dann würde ich sagen mal sehen was wir heute im mischmasch noch sehen hier könnte ich mal den topf sauber machen da steht glaube ich eine lonizera drin ja manchmal ist das so wie es ist okay die weide macht sich auch mega die muss aber gut feucht gehalten werden also die vertragen keine trockenheit so und zeige mal kurz unsere mammutbäumchen der hier ist etwa drei jahre alt ist dieses jahr mächtig gewachsen also so ein stück mittlerweile schon also wenn die erst mal eingewurzelt sind dann gehen die richtig ab pass auf und zeigt euch den kandidaten muss gleich umbauen ja unbedingt mit nicole auch sieht dass ich hier was mache nicht nur draußen rum tourne ich kletter mal hier hinten hinter ich da jetzt einfach so hinkomme das ist unser größter mammutbaum hier meter sequoia glypto stroboides das schöne ist die haben ja die machen im unteren bereich wunderschönen dicken wachstum das sieht einfach nur genial aus einfach nur herrlich ganz wichtig ist hierbei die dürfen keine trockenheit haben also wenn sie einmal trocken stehen dann werden die nadeln natürlich die blätter in dem sinne nadeln braun und das ist dann auch nicht mehr reparabel in dem sinne sterben natürlich nicht so schnell aber sie zeigen einem das dann sofort wie wir es vorhin auch bei dem arm gesehen haben da muss man schon aufpassen also immer ausreichend feuchtigkeit haben und wenn du so ein schätzchen jetzt in den boden pflanzt im garten oder wo auch immer da solltest du auf jeden fall standort wählen wo es relativ feucht immer ist also wenn es im sommer richtig heiß ist so wie jetzt diesen sommer oder ich sag mal so gegeben hat sind wo der boden richtig austrocknet dann leiden natürlich auch diese bäume dementsprechend da sollte man schon darauf achten also nicht auf den hang pflanzen oder auf dem berg oder dergleichen sondern dann doch darauf achten dass der boden dementsprechend auch ausreichend feuchtigkeit hat noch auch wenn es richtig heiß wird so wie diesen sommer so wie heute hier sind auch so ein paar nadelspitzen tatsächlich schon braun geworden das ist also der stress jetzt durch die extreme hitze das leiden die pflanzen leiden dadurch natürlich auch genauso wie wir auch wenn viel wasser 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 ganz ganz wichtig und nicht zu viele nährstoffe denn mehr nährstoffe bedeutet auch dass der wasserhaushalt höher sein muss und von daher muss man da ein bisschen aufpassen jetzt beim düngen da sollte man auch wirklich warten bis sie wieder etwas wärmer wird wenn sie auch mal eine zeit lang keine nährstoffe kriegen ist nicht so tragisch ne schlimmer ist es wenn sie ausreichend nährstoffe haben und zu wenig wasser bekommen dann gibt es tatsächlich wurzelschaden auch und das wäre natürlich nicht so optimal so und jetzt schauen wir uns mal die neuen steckhützer von diesem frühjahr an wie die jetzt aussehen beziehungsweise einen ne ich jetzt nicht alle rausholen denn ich möchte so drin wachsen lassen damit sie wie gesagt ja nicht zu kräftig wachsen eine gemeinschaft wachsen sondern doch gedrungener und von daher machen wir das jetzt mal justus und gucken hier mal rein ja schon aufregend wenn man selber etwas heranzieht und vor allem wenn man weiß wie es geht nicht mehr experimentieren muss bei den mammutbäumen wissen wir mittlerweile wie es geht und von daher ist das natürlich genial so ich versuche jetzt einfach mal hier rundherum hineinzustechen um die pflanze es geht relativ einfach da wir auch hier kokoserde verwendet haben wenn er jetzt nicht zu tief eingewurzelt ist müsste ich ihn einfach so herausziehen können mal gucken so tief wie möglich ich ziehe mal vorsichtig ziehen kann ich noch nicht also noch tiefer alter späde okay dann scheinen sich jedoch schon mächtig wurzeln entwickelt zu haben ja es ist tatsächlich jetzt soweit sie haben wurzeln gemacht so den werde ich jetzt gleich wieder einpflanzen allerdings jetzt woanders denn den hier wieder einzupflanzen wird ein bisschen schwierigkeiten haben weil die anderen dann schon gewachsen sind mit dem wurzel und er wieder wurzeln machen muss ist natürlich ein bisschen ist dann nicht so gut okay so also hat das wunderbar auch in diesem jahr wieder funktioniert mit unseren mammutbaum steckhölzern ist so genial so einfach kann das gehen absonnig stellen und gut ist wurden bis jetzt ja doch einmal habe ich sie jetzt schon gedüngt beim letzten dünger durchgang hier so ist das jetzt muss man kaffeepot herhalten ich habe schon sauber gespült gerade ganz wichtig ist momentan wasser thema wasser so wir können diese bäumchen tatsächlich ins wasser stellen und auch hier drin stehen lassen die letzten steckhölzer die wir gesehen haben die gewachsen sind die dreier gruppe vorhin da ist tatsächlich so die standen den ganzen winter draußen in solch einem untersetzer mit etwas wasser drin und dementsprechend natürlich auch gefroren hast du nicht gesehen das hat funktioniert sie haben überlebt übersehen sie sind dann tatsächlich gewachsen nachdem wir sie eingepflanzt haben so was habe ich gestern vorbereitet auch hier wieder mit effektiven mikroorganismen also das handhaben jetzt immer so weil es besser läuft es ist tatsächlich so ich habe noch nie so ein geniales wachstum gesehen bei pflanzen egal ob nun bonsai blumen oder hast du nicht gesehen gemüse und 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 sie wachsen tatsächlich mit den effektiven mikroorganismen besser fragt mich nicht wo dran es liegt es ist so gegeben okay so dann stellen wir die erstmal absonnig mal gucken was ich damit noch mache der sonnenhut er fängt an zu blühen hier in der weide die steht auch im topf die weide und ja es ist genial anzusehen wie dies wie das funktioniert dass die tatsächlich kräftig wachsen hier drin irgendwie kommen die gut miteinander klar so ganz kurz zu der wilden karte vielleicht kann man das jetzt schon erkennen also die hummeln lieben die wilde karte ist den ganzen morgen hier schon zugange holen sich dort ihren nektar raus oder nicht so hübsch ne ja es ist genial also auf jeden fall einen mega nutzen hier dementsprechend für die insektenwelt so und dann schauen wir uns jetzt mal das hier an der baum auf dem stein das ist so eine geniale geschichte ja ich würde sagen der ist jetzt auch soweit fertig dass wir tatsächlich den oberen bereich gestalten können im frühjahr jetzt noch nicht das machen wir im frühjahr ja dann mal gucken wo wir den reinpflanzen den steine ich meine das ist ja nur ich sag mal nicht ganz kleines ding von daher müssen wir mal gucken wie bei dabei da vorgehen auf jeden fall genial gewachsen das ist der wahnsinn das ist eines der schönsten projekte ich sag mal so vorzeigeprojekte auch in dem sinne guck dir das mal an da könnten wir eigentlich auch wieder was neues starten also da werde ich mir jetzt mal was überlegen demnächst habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr ruhe wenn wir hier so eingespielt sind dauert noch ein bisschen aber dann habe ich ein bisschen mehr ruhe und ja ich kann so weit auch jetzt um die jahreszeit machen habe ich also kein problem mit wenn man weiß wie es geht dann ist das ja nur alles sowieso wesentlich einfacher ok da ist schon ein cooles teil mega cool ich werde mich jetzt ein bisschen dran halten denn ich muss gleich gießen hier die nicht die sind ja schon gewässert worden durch die selbstbewässerung was wollte ich euch denn jetzt zeigen moment mal moment ach ja jetzt weiß ich wieder die tomaten guck mal da stehen sie das ist doch eine geniale sache guck dir das mal an guck dir das mal an das ist so schön auch die hier kann gerade nicht sehen weil der mammut baum hier im wege steht als ohne worte die ist einfach nur genial was machbar ist guck dir das mal an es ist so hübsch ach so die müssen auch wieder schneiden hier mit langsam zeit ich kann noch ein bisschen mehr dünner vertragen okay ich würde sagen kommen wir zum abschluss und ich muss jetzt wirklich mich um die pflanzen kümmern sonst ist dann doch etwas wichtiger in dem sinne ist schon genial was alles möglich ist was man mit pflanzen machen kann ich zeige nur wirklich eine vielfalt hier auf unserem kanal nicht 0815 do it yourself sondern auch was ganz besonderes do it yourself wenn wir mit der zeit mitnehmen gemeinsam das was alles möglich ist dann kriegt man auch ganz andere inspirationen inspirationen ich weiß nicht warum ich war gestern richtig kaputt richtig alle also ich hab zu nichts zu gar nicht so bock gehabt ich habe auch zwei tage lang keinen film mehr gemacht weil irgendwie war meine kräfte voll am ende heute morgen interessanterweise sind sie plötzlich wieder da ich habe richtig lusten und ich habe so viel motivation ich weiß nicht wo das herkommt vermutlich daher weil ich auch im kanal gucke die kommentare durchlese und wie der kanal sich entwickelt ne wenn du mal zwei tage ruhe hast und das ganze mal so ein bisschen ich sag mal besser analysiert in dem sinne ja das war eine richtig tolle sache sollte ich ab und zu mal öfters machen so pass mal auf inspiration ginkgo wir hatten ja vor kurzem die ginkgo samen zum keimen gebracht was heißt vor kurzem die keimung hat ja ein paar monate gedauert aber jetzt wachsen sie im haus momentan noch da kam mir jetzt nicht die idee man mit bonsai beschäftigt der weiß natürlich ginkgo als bonsai ist eine mega coole sache ich hatte bisher noch nie die gelegenheit dazu das heißt ich werde jetzt mal gucken dass ich mir ein ginkgo besorge dass wir das auch mal angehen den ginkgo als bonsai zu halten vor allem wie das dann aussieht im winter wie man den halten kann sollte und dergleichen dass er uns nicht kaputt geht dass wir das auch gemeinsam lernen bei dem ginkgo biloba denn das ist eine richtig coole sache vor allem der baum an sich ist ja eine mega coole erscheinung nicht nur sondern er hat ja nur auch eine mega coole geschichte der ginkgo biloba soll man nicht vergessen so bevor ich mir jetzt hier fest laber ich hatte noch was der gingko war mir ganz wichtig jetzt ab beton ich habe früher betonschalen gemacht da gibt es auch eine playlist für wie ich das gemacht habe da kann ich mich auch selber mal wieder reinsetzen in dem sinne in die playlist mal gucken was ich da damals gemacht habe und vor allem wie ich das gemacht habe wenn es schon längere zeit her und dann vergisst du dann irgendwann auch wieder zu ganz genau funktioniert und das gucke ich mir noch mal an denn ich möchte doch wieder so ein paar sachen in richtung beton machen nicht jetzt unbedingt bonsai schalen vielleicht auch aber doch etwas kreativeres in dem sinne da möchte ich mich mal so ein bisschen rein fuchsen jetzt wir haben ja eine zuschauerin beton hexe heißt sie glaube ich das richtig weiß nicht genau die macht ja auch mega coole sachen im beton und ich finde ja das ist so ich möchte jetzt mal wieder was anderes machen in dem sinne das heißt nicht nur sondern ich sag mal so mit in dem sinne in dem kanal hier dass wir das auch so ein bisschen noch mal mitnehmen können was man so alles noch machen kann okay so wenn es gefallen hat weiß bescheid winke winke bis ganz bald hier im reich der pflanzen unsere kleinen paradies ob große bäume bonsai gemüse blühende sträucher obst und hast du nicht gesehen auch vielerlei im topf natürlich weil heutzutage die gärten immer kleiner werden viele leute haben auch nur einen balkon oder eine terrasse mit klein bisschen grün dahinter ist nicht so viel platz wie man das früher hatte früher gab es ja diese riesen gemüsegärten mit obstbäumen drin und dergleichen das habe ich als kind noch miterlebt bei meiner urgroßtante damals oder meinen urgroßtanten tante elli und tante gretel ja gott hat sich selig das waren zwei wirklich herzallerliebste seelen die haben ganz viel in meinem leben mitgegeben ja ganz herzlichen dank dafür ansonsten würde ich heute wahrscheinlich gar nicht hier so stehen wie ich das jetzt hier so mache trotz meiner ich sag's mal klein gebrechen das ist eine geniale sache dass man sich dann trotz alledem noch im leben erfreuen kann und sachen machen kann die man auch anderen leuten zeigen kann präsentieren kann okay nicht aufgeben weitermachen weiß bescheid so man ja das würde ich sagen mit dem gingko biloba also das muss ich unbedingt machen dass das brennt mir jetzt in der seele da muss ich mal gucken wo ich da tatsächlich dann mal an eine ordentliche pflanze dran kommen am besten wäre natürlich schon eine vorbereitete damit das ganze nicht ganz so lang wird ich meine gut aus dem samen herangezogen und dementsprechend dann das können wir ja noch machen das ist ja nicht das problem aber ich möchte auch ganz gerne mal etwas ich sag mal fast fertiges haben in dem sinne mal hier das mache ich gleich erstmal weg das schöne beikraut hat gute dienste geleistet die waren sehr viele schwebfliegen dran das ist also sollte man im garten auch nicht vernachlässigen dass man so ecken hat die man einfach auch wuchern lässt nicht unbedingt natürlich in der präsentationszone aber in so ecken wo man sagt da gut da kommt nicht jeden tag jeder hin da lasst einfach mal wachsen was blühen das ganz ganz wichtig für unsere insekten das dürfen wir nicht vergessen gerade in der heutigen zeit sind ja auch sogar die jugendlichen oder heranwachsenden sage ich mal doch ich sag mal offener dafür das auch mitzunehmen was früher nicht so der fall war ist tatsächlich so früher wurde das alles belächelt aber heute machen sich auch die heranwachsenden tatsächlich gedanken darüber und das finde ich natürlich genial okay so möchte ich sagen bis später mal